Nach ein paar Startschwierigkeiten beim letzten Minecraft Skyblock Randomizer Video geht's heute richtig los. Heute wird fetter Progress gemacht. Naja, schaut's euch selbst an. Viel Spaß! Hey, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Ich brauche lieber eine Plattform, damit ich es noch aufbauen kann. Stimmt, wir wollten auch eine unendliche Wasserquelle irgendwie bauen. Ja, ich versuche gerade das Holz zu bekommen. Wir haben alles. Nice. Äh, ich tue es direkt mal umwandeln, oder? Äh, ja, eigentlich brauchen wir keine Logs. Lapis, Erz. Oh, Paul, guck mal her. Wir können entscharten. Oh, da hast du ein Level, ich habe keins. Nee. Ich habe für dich eine Hose. Oh Gott. Holy. Oh nein. Nein, nein! Wild. Oh, ich habe einen hier. Ja. Gib mir bitte. Zehn mal besser. Back mit dem Bums. Weißt du, was wichtig wäre? Alter, hast du schon mal unsere Kotus-Frucht-Pflanze gesehen obendrauf? Ey, yo. Holy. Oh, ich habe noch ein Schild. Äh. Ich habe noch nicht so auf dem Holz gegeiert, muss ich nichts sagen. Nein, was ist mit dem Wuppen? Du weißt, wirst du vergessen? Ja, Kohle. Diorite Slaps. Ach, ich habe das Gold. Eine Frage, kann man aber Kaktus-Frucht, äh, Kaktus-Frucht diese Dings-Frucht essen? Nein, 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 nein. Ja, das war's mit dem Gold. Oh, kann man... Oh, wow. Warum kann man die nicht kompostieren? Wie stupid. Das ist nicht ein zweites... Ne, jetzt bei der Erde bin ich auch nichts. Okay. Der bewegt sich, wenn man läuft, ne? Voll geil. Oh, lol. Okay, ich, ich glaube, ich tue jetzt mal mit... Ich soll kurz mal Blöcke zusammen und baue mal eine, äh, eine unendliche Wasserquelle bei mir am Spawn. Einfach, weil wir hier schon so ein Ding haben. Ich schaue mal nach Kriterien damit. Oh, ich bin der größte Vollidiot. Holy fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Also, ich versuche mich mit Kies zu bauen. Das sind die Blöcke, die du aus dem machen kannst. Ja. Die in den Endstation. Okay, wir brauchen so noch ein Wasser-Ding. Das nehme ich mir kurz hier einfach. Ja, soll ich dann mit Blöcken machen? So, wir haben eine ähnliche Wasserquelle. Schön, dann würde ich sagen, läufst du irgendwo hin und sich das mal ein bisschen ab. Ja. 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 Oh, ich habe ein Boot. Da können wir auch die Katze reinsetzen. Okay. Ich weiß wohin. Ja. 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 Ich werde auf der Karotte gespawnt im Bett vom Bett heraus. Ja. Jetzt habe ich keinen Minecraft-Karotte abgebaut. Nee, nee. Das kann man jetzt so was schönes mit dem Fire-Charge machen. Nee, 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 nee. Ein Feuerwerk kann man machen. Wir haben genug Staff für ein Feuerwerk. Dann können wir für unsere Glüte fliegen. Ja. Ja. Nee, wobei, wenn man Fire-Charge reinmacht, dann ist das nicht richtig große Explosion, ne? Äh, blau? Ja. Was braucht man noch? Ich hab da gar nichts. Ach, Digga, ich Idiot habe Lapis genommen. Anstatt blauen Farbstoff. Fireball-Star, Large Ball, Blue. Uh. Was ist denn? Ich lasse die Fledermaus frei. Oh Gott, Alter, ich dachte, das ist die Fledermaus- Was ist denn? Was ist denn? Geht. Ich helfe mich. Oh Mann. Wir haben zwei Setblanks. Bin ich da zufrieden mit? Okay. Okay. Placebrot. Willst du äh... Prosity? Nee. Jump and run. Äh. Ich hab schon wieder auf die Karotte gedreht. Wtf. Place da jetzt was drüber. Oh nein. Oh, nee. Okay, das wär das. Oh Gott. Hier ist so der schöne Bereich und hier ist so der Trashturm. Ja, das wird noch. Der Turm ist ja eigentliches Ziel. Das wird noch. Ja. Los um. Oh wait. Haben wir nicht einen Flower Pony? Flower Pony haben wir nicht. Aber wir haben Brick. Noch Braustand. Toll. Wir haben beim Flowerplatz mit zwei persönlichen Schalkeboxen, die tatsächlich auch krass sind. Oha. Versteht sich. Hey, wir sind doch voll dumm. Wir können die Ender Chester abbauen für 8 obi. Ist denn da auch so wie hier? Nee. Glaub nicht. Das wär ne ganz cooles Sachen. War alter. Und wir haben sogar, falls wir eine Ender Chester wollen, wir haben sogar ein Ender Auge. Also ich mein, wir brauchen einen Ender Chester, das ist auch wie viel geiler. Okay, nice. Ich tue es mal einfach. Light Blue Banner. Es ist leider kein Light Blue, was ich hier hab, aber. Da hinten ist Wasser, oder? Ist die leer? Nee. Ist da noch das Boot drauf, oder ist es schon weg? Ist das immer noch ein Boot? Hä? Gut. Ich kann aber auch nicht das Wasser. In der Mitte nehmen. Achso. Ja, ja, aber das Boot, das Boot. Okay. So, jetzt ist hier die unendliche Quelle, dann kann ich das Boot daraus setzen. Wieso durftest du das einfach so placen, Alter? Ich muss erst reinfahren. Frech. Heavy reinfahren. Ich muss das woanders placen und dann nochmal reinsetzen, damit ich das da hinbekomme. So. Ungefähr. Ich hab ne Diamond Horse Armor. Nee, wir müssen uns echt mal am Essen kümmern. Oh mein Gott, was hast du jetzt getroppt bekommen hab? Ein Christen. Nee, kann man auf Obby placen, ne? Ich mach einfach mal nichts damit. Ich hab noch Chorus Blöcke, falls du Bock hast. Wobei ich kann ja auch für den Turm nehmen. Ich wollte den Turm da mal so ein bisschen, wie man könnte sagen, abreißen mit der Zeit. Ich weiß nicht, ich baue grad immer weiter. Ich hab immer weiter Blöcke platziert in der Zeit hier. Naja, ich mein, weil wir jetzt ja die Möglichkeit hätten. Achso, ja. Da ist das noch. Theoretisch. Pff, wie der aussieht. Hast du ne Axt? Was? Ja. Geil. Unser dritter braune Pilze, aber wir haben nur einen roten. Jetzt war fast ein Level, aber ich glaub, ich spiel damit, mich einfach umzubringen. Hm. Damit ich einfach wieder laufen kann. Wollen wir den Turm jetzt abreißen? Ja, wir können erstmal nochmal ein bisschen lassen. Dann tue ich das Zeug da rein und, äh, schau. Tschüss. Warte, 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 ich kann nicht auch umbringen, dann krieg ich die XP. Also nicht, dass du runterfällst. Nein. Geil, ich hab original nichts bekommen. Oh Gott. oh geil man ich habe ich oh mein gott warte wo habe ich wo habe ich das hin man hässliches ding wo habe ich das hin die frage wollen wir dann noch schalker boxen ich hatte mich dann die diamond was aber hin ich habe eine goldene bei mir aber wo ich die diamanten der hit euch die in der ender chest ich hoffe ich habe die nicht in die ender chest naja viel spaß da war es erwachsen ein schreit der holy den kriege ich nicht zurück und nicht hier zu können oder laufen auch noch einmal nicht diesen ja die lassen wir da bestehen oder warte 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 können safe retten man ich habe mich echt beeilt mit dem boot und man holen wir könnten einen deutschen bieten bauen und funktionierenden ja wir haben zwei goldblöcke einen emerald block das muss ja das kann auch gemischt sein ja ich gehe mal den emerald block heran holen zumindest versuche ich wenn wir noch einmal block ja hier dann noch einen wirklich ganzen in der schalke box der blauen das nächste holz tue ich mal für ein gut für ein gehege drauf gehen können kann ich den abbauen dem biegen kann sogar mit der hand abbauen mit was macht man das überhaupt das hauen wort der fack gehört ja also der geht er geht hier nach rechts und das sind nach vorne hinten und links wirst du das denn hinweg muss ich ja hier hochbauen ähm ich würde gerne ich lasse ihn dir einfach zu platzieren warte warte ich muss irgendwie nur das ist eine gute treppe die wir da gebaut haben ich baue es den lapis das lapis erz ab ja für ein normales lapis bist du gut und mein gott habe ich mir erschrocken ich habe es ich bin so doof ne ich habe es verloren ich habe es so im hintergrund gesehen warum mache ich das immer warum stelle ich mich immer auf die blöcke wenn ich sie abbauen auch mann das schöne lapis so vielleicht schalke box das gibt es nicht warum warum ich weiß es nicht ja ich habe hier hier obsidian getroppt bekommen ok nein nur noch eins geil empty map oh wie schön haben wir ein item frame hier liegt äh beim crafting table haben wir ein item frame nicht dass ich wüsste ja ich würde halt sharpness jetzt bekommen glaube ich nehme einfach sharpness und dann ist das auch gegen anderen scheiß besser ok hier da die achs liegt am bett hm wie süß das aussieht ich hätte gerne ein item frame dass wir das hin placen können wir können pausen wir haben nämlich eh netz wir haben jetzt nämlich eine eine stunde und glatt ok ja wir haben wir eh viel progress gemacht Tschüssi tschau ja da würde ich sagen äh wir haben sehr stark progress gemacht in der jetzigen folge wie man sehen kann und äh würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge von diesem minecraft skyblock tschau ja oh ich hab die aufnahme nicht beendet oh scheiße tschau tschau